Sie hören Katakomben von Alexander Schuller, gelesen von Madia Kelling-Bergner, Katja Körber, Julia Preuß, Viktoria Schätzle, Sohail Burumant, Andreas Dischewski und Martin Faldeig. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Erster Teil Erziehung ist organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend. Mark Twain Nelly Der Tag, an dem es mein Leben aus den Angeln hob, begann mit einem Kopfschuss. Ich deckte den Frühstückstisch, während unsere Haushälterin Eva, im Auftrag meiner Mutter, bringen sie das verdammte Tier um, seit einer Viertelstunde versuchte, einen verirrten Vogel durchs Fenster aus dem Arbeitszimmer zu scheuchen, während ich die Eier abschreckte, nach exakt sieben Minuten in kochendes Wasser gelegt, denn anders als kernweich kriegt kein Mitglied unserer Chaosfamilie gekochte Eier runter, und gleichzeitig aufpassen musste, die Pancakes für meinen Bruder Max nicht anbrennen zu lassen. Während es, obwohl es erst kurz vor neun war, an der Tür schellte und meine Mutter daraufhin von oben durchs ganze Haus brüllte, Eva soll die Tür öffnen, eigentlich mit drei Ausrufezeichen, da sie wichtigen Besuch erwarte. Während ich den Frühstückstisch mit den perfekt gekochten Eiern und den perfekt gebratenen Pancakes und dem perfekt ausgepressten Orangensaft kompletierte und dabei einen Seitenblick auf den Fernseher warf, in dem meine Mutter gerade auftauchte. Laut dem Moderator vom Frühstücksfernsehen die streitbare Münchner Stadtbaurätin Anna Mahler und ich den Ton lauter stellte, um mir ihr Statement anzuhören. Wissen Sie, diese Situation ist nicht haltbar. Sie ist unmenschlich und sie macht mich regelrecht betroffen. Denn in einer reichen Stadt wie München darf es einfach keine Kältetoten geben. Wenn solch eine Tragödie passiert, versagt offenbar die ganze Gesellschaft. Es liegt mir fern, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und Schuldzuweisungen zu erheben. Aber es gehört zu meinen Aufgaben, auf Missstände hinzuweisen. Wir als Politikerinnen und Politiker, wir sind auch jetzt gefragt. Aber die Probleme werden ja nicht einmal benannt. Wo bleiben die Kältebusse? Noch immer blockieren manche Kollegen bei der Stadtverwaltung diesen unbürokratischen Lösungsvorschlag, der quer durch alle Fraktionen Zustimmung erhalten hat. Deshalb werde ich ab sofort zusätzliche Notunterkünfte für die Münchner Obdachlosen bereitstellen lassen. Die Details... Und während ich den Ton des Fernsehers wieder leiser drehte, hörte ich, wie meine Mutter in echt die Treppe herunterkam, um im nächsten Moment unser Esszimmer mit ihrer Anwesenheit zu überfluten. Ein menschlicher Tsunami. In jeder Hand einen Blazer. Hochspannung im Gesicht. Und sie sagte... Mein Gott, Nelly, das sieht ja unglaublich aus. Jetzt können wir Eva doch entlassen. Naja, ich hab endlich mal wieder ein Familienfrühstück gemacht, sagte ich. Aber bügeln oder Fensterputzen ist nicht so meins. Das weiß ich doch, Schatz, sagte meine Mutter. Das war nur ein Witz. Sie fügte hinzu... Natürlich, Thomas. Ich bin praktisch schon auf dem Weg. Erst jetzt bemerkte ich, dass sie ihr Headset trug und parallel zu ihrem fulminanten Auftritt telefonierte. Mit ihrem Referenten Thomas Streiter, den ich zwar schon immer ziemlich blöd fand, aber insgeheim bemitleidete. Die penetrante Dominanz meiner Mutter war nichts für schwache Nerven. Wenn sie einen Raum betrat, war der voll. Widerspruch sowieso zwecklos. Nur wenn es um die Wahl ihrer Garderobe ging, war sie erstaunlich unsicher. Sie hielt die beiden Blazer hoch und sah mich fragend an. Ich zeigte stumm auf das dunkelblaue Jackett mit den goldenen Knöpfen. Sie warf das andere achtlos über eine Stuhllehne und streifte meine Entscheidung über. Und? Sieht gut aus, sagte ich. Wie wäre es jetzt mit Frühstück? Meine Mutter hielt das Mikrofon ihres Headsets zu. Tut mir leid, Nelly, aber ich habe leider einen Termin. Waren Sie das eben an der Tür? Wer? Investoren. Potenzielle Investoren, meine ich. Sie warf einen Blick durchs Fenster hinaus in den Garten, wo Markus Seewald, unser Chauffeur, Gärtner und außerdem Ehemann unserer Haushälterin, die Terrasse winterfest machte. Danach muss ich gleich zu irgend so einem idiotischen Workshop in die Behörde. Und dann fahre ich leider nach Nürnberg zu einer außerordentlichen Ausschusssitzung des Deutschen Städtetages. Ich werde wahrscheinlich über Nacht bleiben. In diesem Moment betrat Eva Seewald das Esszimmer. Die Herrschaften sind eingetroffen, Frau Mahler. Meine Mutter nickte und sprach erneut in ihr Headset. So.